Hallöchen Leute, ein weiterer Botter ist entdeckt. Man sieht, wie schnell er reagiert. Er fängt jeden NPC anzukreisen. Völlig unnatürlich. Das ist der Viertel, den ich gerade gesehen habe. Ich habe ihn angeschossen. Und schon geht es direkt ans Gate. Sofort. Ruckzuck. Wir müssen jetzt gucken, springt er denn auch? Nee, springt nicht. Hätte ich anschließend noch weiter. Auch hier, Supreme. Da ist der Clan. Das wäre dann der Vierte. Botter Nummer 4. Mal gucken, ob wir den anderen einfach nochmal... Jetzt habe ich gerade schon die Aufnahme gestartet. Der sieht nicht aus. Nee, dann lasse ich ihn in Ruhe einfach. Wäre doof, wenn ich jetzt einen kleinen anschieße. Vielleicht ist es hier einer. Aber ich will ja jetzt nicht... Da. Wieder. Dasselbe. Ich schieße ihn an. Kommt wieder gewechselt. Hier aufzuschießen. Und geht er wieder... Ja, da. Kampfkommt wieder. Ich schieße wieder. Und wieder kommt wieder gewechselt. Automatisch. Einfach durchs Anti angeschossen werden. Da ist der Nächste. Fällt er wieder raus? Nein. Ja. So kann man sich auch... ...viel Zeit vertreiben. Das war jetzt Nummer 4. 4 Stück haben wir schon. Und jetzt geht's auf die Karten hoch. Ja, wir sehen uns. Bis denn dann. Ciao. Detten. Und dann. Und dann. Und dann. Bist du da.